Deborah Schöneborn. Wer ist die coolste Frau auf der Welt? Treusgau. Ein wunderbarer Ort, um geboren zu werden, ist? 13. März 1994. An welchem Tag kamen zwei sich hin und wieder streitende, aber am Ende sich sehr gut verstehende Mädels zur Welt? SSF Bonn. Was ist der coolste Verein am Rhein? Händes und Schwimmen. Wofür braucht man sowohl Ballgefühl als auch große Hände? LG Nord Berlin. Der Verein im Berliner Norden, auf den man bauen kann, nennt sich? Medizin. Ein anspruchsvolles und doch dem Sport und den Menschen sehr nahes Studium wäre. Du hast eine Artきます wurde, aber sie wohl grantt da. Und da gibt es den Menschen. Und das ist der persönlichechnitt. Und da ist das Apps für die THZI. Geschick kommer ab und den Menschen vertraut. Untertitelung des ZDF, 2020